Modular Sealing Solution MSS 1 Durch Abriebpartikel kann das Öl in Getrieben in Folge von Verzahnungs- und Lagerverschleiß kontaminiert werden. Die Verschleißpartikel können insbesondere bei vertikaler Wellenausrichtung an die empfindliche Dichtkante eines Radialwellendichtringes gelangen. Einerseits können die Partikel die Dichtfunktion des Radialwellendichtringes negativ beeinflussen, andererseits den Verschleiß der Dichtkante und Welle beschleunigen. Diese Effekte können zu einer drastischen Reduzierung der Lebensdauer führen. Der Simmerring MSS 1 besteht aus einer Kombination aus dem bewährten, reibungsoptimierten Simmerring und einem speziellen Vorschaltelement. Dadurch werden negative Einflüsse auf das Dichtsystem durch Verunreinigungen, wie zum Beispiel durch Partikel bei Getriebeverschleiß, stark reduziert. Das spezielle Design des Vorschaltelements befördert Partikel im Öl bei drehender Welle aktiv aus dem Dichtbereich. Moderne Schmierstoffe werden oftmals durch Additive zur Verbesserung der Schmierung von Maschinenelementen optimiert. Im Betrieb können unter dem Einfluss der hohen Temperatur im Dichtspalt zwischen Dichtkante und drehender Welle Ablagerungen im Bereich der Dichtstelle auftreten. Diese Ablagerungen können die Dichtfunktion beeinflussen und darüber hinaus den Schmierstoffaustausch im Dichtspalt hemmen oder sogar komplett unterbinden. Die Folge, sowohl Dichtkante als auch Welle sind einem beschleunigtem Verschleiß ausgesetzt, was zu einer erheblichen Reduzierung der Lebensdauer der Dichtstelle führt. Das spezielle Design des Vorschaltelements hält Ablagerungen auf der Wellenoberfläche bei drehender Welle durch einen Wischeffekt aktiv vom Dichtbereich fern. Der Simmerring MSS1 ist ein einzigartiges Abdichtungssystem mit nachgewiesen verbesserter Funktionsfähigkeit in verschiedensten Anwendungen. Der Einsatz des MSS1 ermöglicht eine signifikante Erhöhung der Lebensdauer der Dichtstelle. Die Vorteile liegen auf der Hand. Robustes Dichtsystem bestehend aus zwei Dichtelementen. Schutz vor interner Schmutzbeaufschlagung auch bei vertikaler Wellenposition. Geringe Reibung und geringe Verlustleistung im Vergleich zu konventionellen Lösungsansätzen. Geringere Beanspruchung des Schmierstoffes durch reibungsreduzierte Vorschaltdichtung. Freudenberg innovating together.